Broken glass brings luck to those who break out of the crystal castle. Ich finde den Titel so gut. Es ist so ein behütetes Aufwachsen, so eine scheinheilige Welt, wo jeder tut, als wäre alles super. Und teilweise muss man da wirklich auch viel Effort aufbringen, um aus dem auszubrechen. Man muss Leute infrage stellen, die man immer als zugewandte angesehen hat. Man muss eingesehen, dass sie teilweise Mitschulder sind. Das braucht sehr viel Mut. Es braucht auch sehr viel Ausdauer und es braucht im Schluss auch einen starken Charakter, dass man sich das traut, das zu machen. Dass man eben nicht einfach nur vor sich hin lebt und alle Böshaftigkeiten entgegen nimmt, sondern dass man an einem gewissen Punkt auch mal selber eine Wut entwickeln und aus dem ausbrechen darf. Wut ist eine der Gefühle, die ich lernen durfte, ist etwas sehr Gesundes, auch Nützliches. Es ist nämlich ein Gefühl, das uns dazu veranlasst, dass wir uns verändern. Und es ist sehr wichtig, dass wir Wut empfinden dürfen, und dass wir eben nicht alles immer nur hinnehmen, so wie es ist. Und ähm, Gewalt ist nicht das Gleiche wie Wut. Gewalt ist eben genau für Leute, die viel zu viel Wut in sich selber spüren. Ähm, aber Leute, die eher, ich sage jetzt mal, depressiv anlagt sind. Es gibt ja die Angst-Typen vom Herrn Reitmann. Ist das ein sehr interessantes Buch, äh, das man wirklich gerne mal lesen darf. Das ist ein Klassiker. Aber wenn man dort eher so depressiv veranlagt ist, also dass man sich nicht, prinzipiell nicht wehrt und einfach mal etwas einnimmt, teilweise auch auf seine eigenen Kosten, dann ist eben Wut wirklich unbedingt auch ein Gefühl, welches man entwickeln darf. So, jetzt fragen Sie euch vielleicht, wie ist denn der Splitter zu Stand gekommen? Nein, ich habe es nicht auf den Boden gerührt, das Bild. Ich bin aus Versehen darauf gestanden, habe mich dann relativ fest aufgeregt, weil eigentlich immer alles perfekt sein muss und muss laufen. Und äh, habe dann eigentlich relativ kurzfristig entschieden, ich lasse es jetzt so. Äh, es muss nicht perfekt sein und statt es jetzt, ähm, abzulehnen, das Imperfekte an dem Bild, habe ich das jetzt als Teil des Bildes gesehen. Ich finde es ein wunderschönes Bild. Ähm, die Imperfektionen gefallen mir eh enorm. Auch in der japanischen Kultur hat man ja eine Schale auf den Boden rührt, angefangen, sie mit Gold aufzugiessen, dass sich dann die Zwischenräume schliessen und dadurch sehen die Vasen noch viel schöner aus. Und genau so empfinde ich das bei dem Bild auch. Und ähm, ich habe es auch gerne so ausgestellt, eigentlich schon von Anfang an. Ähm, ähm, der Rahmen ist erst später dazu gekommen, äh, für, äh, die Ausstellung in der Fotobastei. Und die Augen, als etwas, wo, eben, ich sehe dich, ähm, ich nehme dich wahr, ich nehme deine Gefühle wahr, ich nehme dich als Person wahr, und ich akzeptiere dich auch. Und das ist eigentlich als grösstes Geschenk, also ich sehe an der linken Seite, jetzt habe ich noch ein kleines Geschenk, ich bin das grösste Geschenk, das man machen kann, eben dass man niemand verurteilt, ähm, weder ein aggressiver Mensch noch jemand, der Gewalt erfahren hat, sondern dass man jede Seite einfach aushört und dass man einfach, ähm, zuhört. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch gerne sagen, eben, danke an die Leute, die mir versucht haben, Ratschläge zu geben, aber meistens braucht es keinen Ratschlag, sondern einfach jemand, der zuhört und der einen vielleicht mal in den Arm nimmt und für einen da ist. Und nicht jemand, der einem durch den Ratschläge das Gefühl gibt, ähm, dass man, äh, dass man alles falsch gemacht hat. Weil, wenn man das Opfer ist von häuslicher Gewalt, dann fühlt man sich eigentlich eh schon ein bisschen so, als hätte man alles falsch gemacht und hätte man das verdient. Ähm, aufgrund der Art, wie man aufgewachsen ist. Also ich habe schon als Kind Gewalt erlebt. Äh, und als Kind kann man das wie nicht separieren, sondern man sucht den Fehler nicht bei seinen Eltern, sondern man sucht den Fehler bei sich selber und man denkt, wenn ich mich nur so und so anpasse und das und das mache, dann wird ich, ähm, dann wird das okay sein und dann werden sich meine Eltern ändern. Eine kleine Überraschung, es ist nie so, äh, es hat nichts mit euch zu tun, als Kinder oder als junge Frauen oder teilweise betrifft es auch Männer, ähm, sondern, es sind einfach Leute, mit denen man zu tun hat, die ihre eigenen Gefühle nicht im Griff haben und, äh, ihr Umfeld theorisieren. Und, äh, das ist schade, eben wenn man dann niemand hat, der einem die Aufmerksamkeit schenkt und der einem darauf hinweist, dass das eben genau nicht okay ist. So. Und, äh, und, äh, und, äh,